Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir im Rahmen des heutigen Meetings einen kurzen fachlichen Blick bzw. einen kurzen Exkurs auf das Thema Eintrittsrechte gemäß § 14 des Mietrechtsgesetzes, kurz EMRG, gemeinsam machen werden. Ich habe wie immer versucht, das Thema, das etwas sperrige Thema, in verständlicher Form aufzuarbeiten. In § 14 ist festgelegt, dass durch den Tod des Vermieters oder des Mieters der Mietvertrag nicht aufgehoben wird, dass der Mietvertrag also mehr oder weniger, kann man sagen, vererblich ist. Dieser Grundsatz ist auch schon, wie Sie vielleicht wissen, im ABGB geregelt und wird hier in § 14 laut Rechtsprechung eigentlich nur wiederholt. Nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch bleibt der Mietvertrag eben aufrecht, allerdings haben sowohl Mieter als auch Vermieter eine besondere Kündigungsmöglichkeit zu den gesetzlichen Terminen und zu den gesetzlichen Fristen. Das gilt auch für den Anwendungsbereich des § 14. In den Absätzen 2 und 3 ist nun das Eintrittsrecht der im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen genau normiert, welche eine Exlege, so sagt man, Sonderrechtsnachfolge im Wesentlichen darstellt. Es findet bezüglich der Position aus dem Mietvertrag eine generelle Verdrängung der allgemeinen erbrechtlichen Regelungen statt, so dass Eintrittsberechtigte, auch wenn es mehrere sind, unabhängig von ihrer Stellung als Erben in die Mitrechte eintreten können. Es wird in der Rechtsprechung zum Teil auch von der sogenannten Sondererbfolge gesprochen. Vereinfacht gesagt, wer kann in die Mitrechte eines Verstorbenen eintreten und zwar im Bereich des Teil- und Vollanwendungsbereiches des MRG. Es sind dies Eheleute und eingetragene Partner, Verwandte in direkter Linie, im Übrigen auch Wahl- und Adoptivkinder, nicht unspannend, Geschwister und Lebensgefährten. Der Anwendungsbereich des § 14 ist grundsätzlich auf alle Mitverhältnisse anzuwenden, die dem MAG unterliegen. Gemäß Absatz 1 gilt das Eintrittsrecht auch für den sogenannten Teilanwendungsbereich des MAGs. Nicht anzuwenden ist das Eintrittsrecht allerdings auf Geschäftsraummieten und auf die sogenannten Untermietverhältnisse. Es gibt drei taxativ aufgezählte Eintrittsvoraussetzungen nach dem § 14 des MAGs. Erstens eintrittsberechtigte Personen. Zweite Voraussetzung gemeinsamer Haushalt und dritte Voraussetzung dringendes Wohnbedürfnis. Grundsätzlich müssen alle drei Voraussetzungen für einen Eintritt in den Mietvertrag erfüllt sein. So, schauen wir uns das im Detail an. Erste Voraussetzung, welche eintrittsberechtigte Personen gibt es? Die eintrittsberechtigten Personen sind grundsätzlich die gleichen, wie sie in § 12 des Mietrechtsgesetzes taxativ aufgelistet sind. Mit einem nicht unwesentlichen Unterschied, nämlich den Lebensgefährten. Denn § 14 enthält eine Definition, man spricht von der sogenannten Legaldefinition des Lebensgefährten. Und zwar ist das jemand, der mit dem bisherigen Mieter bis zu dessen Tod durch mindestens drei Jahre hindurch in der Wohnung in einer wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft gelebt hat. Wobei auch da wiederum der gemeinsame Bezug dem mehrjährigen Aufenthalt gleichzusetzen sein wird, als positiv anzumerken ist. Es muss sich um eine eheähnliche Gemeinschaft handeln. Ein bloßes Zusammenleben gilt aber nicht als solches. Der Obersegerichtshof hielt fest, dass für die Annahme einer eheähnlichen Beziehung auch eine gewisse körperlich-erotische Anziehung bestehen muss. Doch nicht, doch muss man sagen, noch nicht ist diese Frage erschöpfend geklärt, aber das nur am Rande. In der Praxis wirft das einige große Schwierigkeiten auf. Es ist für die Betroffenen nicht einfach, eine solche eheähnliche Gemeinschaft auch tatsächlich nachweisen zu können. Die zweite Voraussetzung ist jetzt der gemeinsame Haushalt. Der gemeinsame Haushalt und die Eintrittsberechtigten zum Zeitpunkt des Todes des Hauptmieters sind sozusagen relevant. Dafür reicht es aber nicht aus, dass die betreffenden Personen dort gemeinsam wohnen, als eine Art, sagen wir, Wohngemeinschaft, WG führen. Bei dem Erfordernis des gemeinsamen Haushalts geht es im Wesentlichen immer um zwei Gesichtspunkte. Es muss zwischen den Personen ein gemeinsames Wohnen und Wirtschaften, vor allem Wirtschaften, bestanden haben, wobei die Bedürfnisse des täglichen Lebens auf gemeinsame Rechnung befriedigt werden sollten. Die Art und die Identität können dabei natürlich unterschiedlich sein und hängen in der Regel, wie so oft, vom Einzelfall ab. Dabei kann es auch sein, dass bei großen Alters- und Einkommensunterschieden nur ein Teil die gesamte Kosten trägt und der andere nichts beiträgt und dennoch ein gemeinsamer Haushalt gegeben ist. Voraussetzung ist aber auch hier eine Verbindung der beiderseitigen Leben in Bezug auf Wohnen und Ehe-ähnliches Zusammenleben. Jedenfalls reicht es nicht aus, wenn man nur gelegentlich in der Wohnung übernachtet, wobei es da auch natürlich wiederum Ausnahmen gibt im Einzelfall, denken wir nur zum Beispiel an einen Beruf wie des Fernfahrers. Der zweite Gesichtspunkt ist der, dass der gemeinsame Haushalt auf Dauer angelegt sein muss. Dabei geht es dem Grunde nach darum, rechtsmissbräuchliche Eintritte natürlich zu verhindern. Die dritte Voraussetzung ist jetzt ein dringendes Wohnbedürfnis. Das ist die letzte Voraussetzung für den Eintritt gemäß §14 eben das Vorliegen eines dringenden Wohnbedürfnisses. Auch das Vorliegen dieser Voraussetzung wird zum Zeitpunkt des Todes, natürlich des Hauptmieters geprüft. Die Dringlichkeit des Wohnbedürfnisses hängt davon ab, ob der Angehörige entweder eine eigene Wohnung hat oder auf eine andere Wohnung, eine gleichwertige Wohnung verwiesen werden kann. Bei Vorhandensein einer eigenen Wohnung muss diese Wohnung unbedingt die Notwendigkeit bestehen, dass die Wohnung des Verstorbenen zu bleiben nicht relevant ist. Das heißt, die eigene Wohnung muss bewohnbar sein und muss benützbar sein und der aktuellen Wohnung vergleichbar sein. Die andere Wohnung muss also im Sinne der Zumutbarkeit, sagt man, angemessen sein. Eine schwangere Frau zum Beispiel kann nicht jetzt in eine 23 Quadratmeter Wohnung verwiesen werden. Es kann auch unzumutbar sein, wenn sich der Weg zum Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstätte erheblich dadurch verlängert. Und so weiter. Also Beurteilung des Einzelfalls. Faktisch gilt aber, dass der dringende Wohnbedarf nur dann verneint wird, wenn dem Begünstigten eine andere, ausreichende und angemessene Wohnung grundsätzlich zur Verfügung steht. Jetzt ist noch wichtig, wie öfters jetzt schon erwähnt, der Zeitpunkt des Eintritts. Bei Vorliegen aller geforderten drei Voraussetzungen übernehmen die Begünstigten, sozusagen Exlege, automatisch den Mietvertrag. Sofern sie nicht binnen 14 Tagen dem Vermieter bekannt geben, dass sie das Mietverhältnis nicht fortführen wollen. Bei dieser Frist handelt es sich um eine, Achtung, materiell-rechtliche Ausschlussfrist, die auch in Unkenntnis dieser Frist des Entstehens des Eintrittsrechts ganz einfach zu laufen beginnt bzw. weiterläuft. Ich gehe mal persönlich davon aus, dass die Konstellation, bei der der Eintrittsberechtigte nicht vom Todeshauptmittels bemerkt, weil er zum Beispiel gerade im Ausland ist, keine allzu großen Probleme aufwerfen werden. Zum einen wird der Eintritt in den meisten Fällen ja sehr wohl von Begünstigten auch erwünscht sein. Zum anderen wird gerade bei den privilegierten Eintrittsberechtigten, bei denen der Vermieter den Mietzins nicht anheben kann, auch der Vermieter keine Einwände dagegen haben, den Mietvertrag nach Kenntnis des Eintritts einvernehmlich aufzulösen. Auch im Fall des Eintritts einer nicht privilegierten Person liegt der zulässige Mietzins grundsätzlich unter dem ohne Eintritt zulässigen, sodass auch hier ein Beharm des Vermieters auf die Übernahme des Mietvertrages eher unwahrscheinlich ist. Es bedarf, wichtige Sache, es bedarf also im Fall einer Vertragsübernahme nach § 14 des Mietvertragsgesetzes nicht zum Eintritt, sondern nur zu dessen Ausschluss eine Willenserklärung der Eintrittsberechtigten. Da der Eintritt sozusagen ex lega erfolgt und es sich um keine rechtskräftige Willenserklärung handelt, muss der Begünstigte auch nicht im Übrigen geschäftsfähig sein. Auch Minderjährige treten deshalb automatisch in den Mietvertrag ein, ohne dass es einer gerichtlichen Genehmigung dazu bedarf. Aus der Praxis zum Thema § 14 des Mietrechtsgesetzes. Durch den Eintritt gemäß § 14 kommt es, wie gesagt, ex lega zu einer Sonderrechtsnachfolge in das jeweilige Haupt-Mietverhältnis an einer Wohnung vom Todes wegen, die die allgemeine Erbfolge interessanterweise ausschließt. Gemäß § 14 haften allerdings die Eintretenden auch ab dem Eintrittszeitpunkt für den Mietzins und die Verbindlichkeiten, die während der Mietzeit des verstorbenen Mieters entstanden sind. Auch im Falle eines Eintritts hat der Vermieter die Möglichkeit, den Mietzins bei nicht privilegierten Angehörigen, die gemäß § 12 hier definiert sind, den Mietzins anzuheben, wobei auch Lebensgefährten zu den privilegierten Eintrittsberechtigten zählen. Also, nur für den Fall, dass man in die Gruppe der Geschwister, der volljährigen Kinder in einem vor März 1994 abgeschlossenen Mietvertrag eintritt, kann der Vermieter den Mietzins anheben. Also, bei nicht privilegierten Personen. Eine Erhöhung bei Ehegarten, bei Lebensgefährten und bei minderjährigen Kindern ist ausgeschlossen. Geschafft. § 14, etwas sperrig, aber hochinteressant, wichtig, speziell für Investoren, die eine vermietete Wohnung kaufen, Eintrittsrecht bei Tod des Mieters und welche Eintrittsrechte respektive privilegierte Personen sind relevant. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war es auch schon wieder für heute. Leider. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Überblick über das Eintrittsrecht gemäß § 14 des Mietrittsgesetzes geben und freue mich bereits jetzt schon wieder auf den nächsten Fachteil. In diesem Sinne, Glück auf und viel Erfolg in der Immobilientätigkeit. Also, bis demnächst, Ihr Rudolf Anton Breyer.